Er ist die ganze verdammte Show. Rob Van Damme, der TNA World Heavyweight Champion. Am 11. Juli gibt es einen 4-Way Dance um den Titel. Gummi auf den Asphalt, Vollgas geben, Bremsen verboten, an der Ziellinie wartet der Gürtel. Wer holt sich das Gold des Titels? TNA Wrestling präsentiert Victory Road. Live in der Nacht von Sonntag auf Montag, nur auf Sky Select. TNA Wrestling präsentiert Victory Road.